Florian! Wir warten auf dich! Florian! Florian! Florian? Florian? Wir waren nach dem Mega-Assi-Ammok-Döner im Gepäck. Ja, hoffentlich. Oder war es Mega-Ammok-Assi-Döner? Jetzt hast du die kleine Kinder-Schrecke gemacht. Das geht ja gar nicht. Wie es teilt war. Was ist denn da jetzt? Den Florian! Florian! Und? Rufst du ihn an? Ja! Es wählt! Es wählt! Es wählt! Hallo, Flo! Ich komme ganz schön auf deinen Falkon! Du bist kein Tempo, bist du? Alter! Wir können dich auch insammeln kommen. Ach so! Gut! Dann geben wir noch schnell keinen Kaffee! Ja! Und? Ich halte doch noch gerade das Nicol ab! Scheiß Frau! Scheiß Frau! Oh ja! Hochladen! Oh ja! Hochladen!